hallo und herzlich willkommen zu ultimate chicken horse zusammen mit dem chuck und dem steve. bewertet den part und viel spaß bei dem video. soo, komm, guck mir auf die spüche, mal freu. guck mir auf deine markt. warte, da fügen wir jetzt aber zur brücke hinzu. nein, hab nicht meins. nein. hast du in diesem video? ? no so hoch Juuu Ich hoffe, die Meck werden mir die einstecken. Gute Frage Ich weiß nicht, aber äußern dich dagegen Einfach gleich Nein Hol mich raus Neun, warum hat Steve grad so nen Anfall bekommen, als ob der gestreut ist Das wollte ich eigentlich auch geben, aber es hat nicht funktioniert Warum habe ich die Bombe eigentlich nicht genommen? Warte, zeige ich da grade Mittelfinger? Hahahaha 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 Loll Wow Warum? Da kommt jetzt was rein Hahahaha 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 Mach mal hier oben, den mach mal hier oben, den mach mal da oben, den hier Oh 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 Oh, unmöglich Ich Ich sag mal, nö Ach du scheiße, jetzt seh ich dann erst Ach du scheiße, jetzt seh ich dann erst Wo hast du hingebracht? Mach das alles kaputt Ich komm danach Ich komm danach Ach Mannö Guck da hin ab Guck da hin ab Mannö Hahahaha 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 Lappen Du, das auf, das dingt auf Strom, die setzt du gleich Ach Mannö Ich bin voll jetzt Denn wenn die Brücken noch mehr springen Hahahaha Das ist so spart Wer hier hin kommt? Dann kommen wir da nicht dran Nein Ja komm Steve, warte ich komm Was ist nur eine Möglichkeit? Ich stell mich auch tot Warte, warte, warte Ich geh nicht Tentakel Sadeeos Ich baue ne Brücke Oh nein, 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 nein Ist ne wie Ich nehm einfach eins davon Guck mal, da wäre er nicht durch, oder? Ich nehm Deutsch Ich nehm mich 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 Wir kommen auf den Nein Verdammt Ich hab ja nicht tot Wir haben es aber unmöglich gemacht Wer Na wir beide Ja komm, machen wir nicht mehr Ja komm, machen wir nicht mehr Da Ah, danke Ich hatte ne Münze gar nicht Hier warte die Ja, da ist Ja, da ist Der ist voll durchgegangen Gib mir Warum stimmst du nicht Warum sollte ich Warum sollte ich Alter Da hat er ja Nein 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 Da weißt du, Chunk Guck mal darum, wie er aussieht Weißt du Du mal es eigentlich wie eine Kugel Hinten und der guckt, der findet andere nicht Das ist eine Wolke Dummer Mensch Oh ja Ach der muss wieder Seinen Autismus freilassen Alter Oh ja Oh ja Die bist ja so unkisslich Zu gestört Was Was Ah Oh ja Ah Die hol ich mir Wenn du nicht gehst, kriegst ein Eifbein Ich dachte grad die Hatsch Dieser Blick Warte mal, guck mal Pirouette Eigentlich hab ich gehofft Dass sie nur Eis hört Wo ist dein Eis? Ich komm gleich vorbei Nein Mach der Tür auf die Der ist ein Eisbein und steht in der Hose Baffel Ah Sind sie da im Bettzimmer Ah Ah Im Zimmer, Alter Hände ich noch vor der Tür Der Hund kommt und rammelt dich Hahahaha 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 Ich wusste ja Tim da Hahahaha 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 Da ist nichts Hahahaha Oh okay Guck mal Tim Die fette Sau riecht seine Schäume Oh man Oh man Ja 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 Hahahaha ganz einfach ganz einfach nein nein wo wolltest du denn? verdammt wo bin ich denn denn? ich wusste nicht wo ich hin will ich wusste nicht wo ich war ich weiß gar nicht was ich bin ich bin ein bisschen scharf ne warte mal bin ich ein bisschen alter aber dieser ist echt geil das ist eigentlich der perfekte das ist eigentlich der perfekte Skid für mich der guckt einfach immer so die Banane ja schon wieder alter ah nice fuck was ist mit dem Schackel da los ja ja kein bock hat er nirgendwie der Ditt nein vor der Zeit hat er getroffen wurde mit welchem Sprung aber was ist das? ahja ja ja du bist so eine hohe Böre guck dir den Affen an ja genau guck dir den Affen an bei hohem Böre und schrieg dir den Tod ja auch schon wieder getroffen bei mir ja auch schon wieder getroffen bei mir nein pfff alter das ist eine kleine wir sind eigentlich platziert ich bin schon wieder checked glaube ich glaub du warst was ich hab gelogen aber weiß nicht was keiner ist der Watt ha 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 mhm ach der ding der weg pfff 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 pff Mach doch selber mal warte, ja. Immer als auf andere Schienen, ja. War das gerade eine Ansage, oder was? Willst du mich gerade verarschen? Thema, hast du alle Folgen aufgenommen hier von? Ja. Guck dir alle an und guck dir alle an, was du baust. Guck dir alle an. Und guck dir an, was du baust. Und weswegen die alle mal scheitern. Dann reden wir bitte weiter, danke schön. So, das war es jetzt mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst eine positive Werte. Und dann würde ich auch sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Also haut da rein, macht's gut. Ciao, ciao.